Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos. Heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Basel-Landschaft. Ich bin Christian Thüring, OK-Präsident vom diesjährigen Traktorenfest 2014. Angefangen haben wir eigentlich mit einem kleinen Rahmen, haben immer eine Pflügelkälbung gehabt, alle zwei Jahre. Dieses Jahr machen wir jetzt das Ganze ein bisschen grösser. Das ist die ideale Höhe. Dann haben wir jetzt das Traktorenfest organisiert mit der Schweizermeisterschaft im Wettflug. Das Blaugeschicklichkeitsfahren darf jeder mal draufsetzen und probieren. Da geht es um keine Rangierung. Da kann wirklich auch mal ein Kind mit dem Vater draufsetzen und mal einen Traktor fahren. Das Wettflügen ist eigentlich eine Disziplin von Präzision. Es geht nicht um Geschwindigkeit. Es ist etwas, was jeder Bauer eigentlich auf dem Feld auch macht. Aber er darf jetzt einfach hier ganz genau fahren, 100 Meter, keine Zentimeter daneben. Er hat einfach zwei, drei, dort wo er jetzt noch gerade ist mit dem Traktor, hat er das Bögel drin. Ohne die Unterstützung von Swiss Loss hat man das Fest nicht durchführen können. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Loss.